Herzlich Willkommen in meinem YouTube-Kanal Tanja Mink Coaching, Entwicklung, Psychologie. Der Kanal für dich, wenn du tiefer gehen möchtest in deine Entwicklung. Heute teile ich dir meine Gedanken mit zu den sozialen Medien und warum ich mich zu meinem eigenen YouTube-Kanal entschieden habe. Dabei kann ich dir sagen, dass es ein langer Weg war. Ich habe so lange mit mir gerungen, ob ich mich jetzt den sozialen Medien zeige und einen Kanal in YouTube machen soll oder nicht. Seit Monaten kämpfe ich mit mir, ob ich auf den Zug der sozialen Medien aufspringen soll oder nicht. Einerseits ist es mir echt ein großes Anliegen, meine Erfahrungen und Lebensansichten mit dir zu teilen. Mein Herz sagt schon so lange, komm Tanja, mach es, mach es einfach, probiere es und gehe online. Dann gibt es aber den anderen Teil in mir, der unsicher ist. Der Was-ist-wenn-Teil. All die Fragen, oh Gott, soll ich das wirklich jetzt tun? Was ist, wenn ich die Technik nicht hinkriege? Was ist, wenn ich nicht regelmäßig neue Beiträge liefern kann? Was ist, wenn sich am Ende keiner für dich interessiert? Ja, ich hatte richtig Schiss. Letztendlich hatte ich aber am allermeisten Angst davor, nicht perfekt genug zu sein. Darum ging es bei mir. Und durch die Sichtbarkeit nach außen bin ich natürlich verletzlicher. Ich bin sicher, du kennst diesen Bullshit im Hirn bestimmt auch immer mal wieder. All diese Glaubenssätze, diese Ängste, soll ich oder soll ich nicht? Aber ich wäre ja überhaupt kein authentischer Coach und auch keine gute Therapeutin, wenn ich nicht genau diese Angst, diese Gefühle und auch alten Glaubenssätze in mir kennen würde. Und daher habe ich mich meinem eigenen inneren Kampf gestellt. Und ich habe meine Antwort gefunden, die ich jetzt auch gern an dich als Botschaft weitergeben möchte. Mach's, mach's einfach. Obwohl ich weiß, so ganz easy ist natürlich nicht immer. Die Angst, die kann uns so hemmen und dadurch aber viele schöne Chancen nehmen. Also gibt es meistens nur eine richtige Antwort auf Angst. Mach's. Und ich habe so Lust drauf und ich höre auf mein Herz und ja, ich biete jetzt meinen eigenen YouTube-Kanal an. Tanja Mink. Coaching, Entwicklung, Psychologie. Und damit folge ich meiner Sehnsucht in mir. Immer dir die eine oder andere Botschaft auf meine eigene Art und Weise und aus meinem Herzen heraus weiterzugeben. Also an dieser Stelle mein ganz herzliches Danke an dich, dass du dich für meinen Kanal interessierst und wenn er dir gefällt, natürlich gerne auch abonnierst. Vielen Dank an dich, dass du gerade online da bist. Sei im Moment von Herzen gegrüßt. Ich wünsche dir viele wundervolle Momente und tiefe Begegnungen mit dir selbst. Deine Tanja Mink. Deine Tanja Mink. Deine Tanja Mink. Deine Tanja Mink. Deine Tanja Mink- sudsus-nya. Untertitelung des ZDF, 2020